Nach dem 2. Möwe Kürze Da kann ich aber jetzt noch schreiben, dass das Persil ist, wo ist so groß zum Fasseln, muss ich erst mal verkürzen zum Fasseln. Hier haben wir die kanadischen Wildgänse, die können die nicht mehr sehen, die haben die so wie die Tauben hier in Kanada. Aber das war schön mit der Seilbahn gerade. Hier haben wir die Kanada. 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 Untertitelung des ZDF, 2020